I'm not a whore, bitch! Ach ja, unavailable. Aha, aha, okay. Ja, wir nehmen wieder wie immer dann Hunger. Oh Gott, hab ich Hunger! Wieviel Doors. So, aha, bei der Polizei im Haus. So, so, bumm. Geben wir mal den Steckschiddo. Oh, 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 da bin ich nicht mehr rausgekommen, wie ungeschickt. Ah, okay, gut, ich muss noch ein bisschen... Ich will natürlich hier wieder den Ultra-Walk machen, ne, ihr wisst Bescheid. Also, ich muss erst mal rein. Und dann zu denen. Sonst hab ich da nämlich meine Ruhe. Jetzt geh ich noch kurz hin und check noch mal alles ab. Ja, ja, die rennen nämlich einfach da raus. Weil es ganz harte Burschen sind. So. Ähm, ja. Ist jetzt saubröd, wenn der Depp da stehen bleibt. Ich bin eine Frau. Das ist nicht wirklich gut, weißt du? Das ist nicht großartig. Oh. Okay. Gut. Na! Okay, alle gefistet. So. Nein, 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 nicht am Fenster stehen bleiben. Das waren nur ganz dumme Leute am Fenster. Jetzt geh ich kurz hier runter. Oh, hallo! Oh! Das hätte aber fast, oder? Hätte das aber hier. Wer lebt noch? Oh, oh. Ha! Die Zubereitung ist gar kein Problem, Udo. Gehen wir hoch mal zu den, zu den Polizeileuten. Guten Tag, Sir, ich muss mal ihre Pumpgun testen. Ja, doch, die sind ganz gut. Was hat denn der Digge gerade eben nach mir geschmissen? Sein Kaffeebecher oder was? Und ein Donut. Wie es für Polizei üblich ist. Mann, äh, Mann. Fuck, Mann! Mann, äh, Mann. Männer und Frauen sind nun mal, äh, nicht von Geburt aus. Versch... Oh! Wuh! So. Du zuerst. Deine Kackbratze. Dann du. Dann Dickmann. Mann ist der Dickmann, Mann! Huhu! I've got a Superwalk. Oh, du hast fast meinen Lauf zunichte gemacht, du kleine Gestalt deiner selbst. Ha! Hoppala, Waffen weggeworfen. Das ist, äh, der Blut, äh, sag so. Wenn ich, äh, gerne kommen gehe, dann gehe ich gerne. Montags! Ähm... Hallo! Ja, aha! Vielen Dank für diesen Nicht-Tod. Oh, yeah! Ich danse mit mir selbst. Ich danse mit mir selbst. Ha! Okay, gut, wo ist der verkackte... Da unten ist er. Wo ist denn der Kühlschrank? Ich muss mit dem Kühlschrank einen Stock nach unten fahren. Huhu! Zack! Oder einen Stock nach oben, wahrscheinlich. Okay, boys! The pastor will be here any second now. It's time for us to fuck. Him... What... Remember your training. And play it safe. Don't shoot with the real guns. Use the... BB Mini Baby Guns. Follow protocol and we'll make it alive. We'll make it alive out here like a bee or like a teddy bee. Bitch, 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 bitch. Oh, shit. I got the... Uh... Okay, good. Jetzt aber ernst hier. Ernst... Fett... Fett... Wurst... Okay, ähm... This is a cam. Uh... This is a cam. Uh... Uh-huh. Oh no! Ja! Warum dürfen die schießen? Was ist doch los? Okay, gut. Now I know Bescheid like a code. So, das war's jetzt aber. Nein! Er kommt natürlich auch noch dazu. Mach bei diesem kleinen Spielchen mit. So. War's das... Das war's das jetzt. Also, wie krieg ich diese verkotete Tür auf? Egal. Du kannst mal schießen. Nein! Oh Gott! Die Affenkinder, man! Äh... Alalala... Fett... 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 Wurst... Fett... 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 die Stage ist immer noch nicht hier meine Damen und Herren ein Bärtchen juckt, mein Bärtelein es ist so klein wie ein Stachelschwein jetzt kann ich bestimmt Mr. Hodenknecht befreien aber erst will ich zu euch rein belasten mich nicht okay, ja da sehe ich ja schon so also hey hey, me help ya You gotta be shittin me! Why are you, look man I'm sorry about you girl it wasn't anything personal I know you made it all the way, but I think you're in a ford- I don't really have any answers for you but you're gonna die damn, that hurt you know, we might not be the blablabla happy also being those weird phone calls I wish I had something to tell you, but I don't know but I don't the police might know more about these masks I don't know what I do what chipset endlich man maybe you'd have a file on the case here somewhere I'd ask you to spare my life, but you look like you've made up your mind oh 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 Yeah